Hallo Freunde der Spiekultur und willkommen bei meinem V-Log. Ich möchte heute ansprechen, ich bin sehr sehr stolz auf mich, nicht, ich habe es nicht geschafft zu trainieren, wie ich es mal vor drei Monaten gesagt habe, oder vier Monate ist schon her mehr. Ich habe eher ein kleines Wohlstandsbäuchchen bekommen und kaufe mir immer noch Sachen wie diese Baconchips zum Beispiel. Schmecken aber gar nicht mal so schlecht. Dafür trinke ich aber inzwischen bedeutend mehr Wasser und vielleicht gleicht sich das dadurch ja in irgendeine Richtung aus. Kommen wir dahingegen zurück, worauf ich überhaupt stolz bin bei mir. Es ist natürlich nichts, wie schon erwähnt, im Bereich Sport, sondern es geht eher darum, dass wir den Let's Play Plan jetzt so weit runtergebrochen haben, dass wir wirklich auf diesen vier LPs sind, die ich mir immer gewünscht habe. Vier LPs laufen durchgehend. Das ist nicht kein LP zu viel, kein LP zu wenig. Jetzt geht es natürlich darum, das mit einem vernünftigen LP-Content zu füllen. Das ist der nächste Schritt. Ja, natürlich laufen jetzt Assassin's Creed Unity. Es läuft Dragon Age, was natürlich auch ein Herzenswunsch von mir war, das zu bringen, auch wenn jetzt nicht jeder von euch wegen Rollenspiel bei mir ist. Es läuft wieder Rome 2, was mir im Moment wirklich unglaublich viel Spaß macht. Es ist wirklich Hammer. Also ich muss sagen, das LP ist, glaube ich, so vom Anfang bis zum jetzigen Punkt auch so von meinem Spaßfaktor her wirklich das Beste, was ich bis jetzt gemacht habe in dem Bereich. Ähm, dann haben wir natürlich noch, Risen 3 läuft noch zum Ende nächste Woche. Da startet, da hatten wir eine kleine Umfrage bei Facebook. Danke, dass ihr euch daran beteiligt habt. Es stand zur Auswahl. Door Kickers, Ähm, Endless of Legion war ich jetzt immer auch schon ein bisschen nebenbei spiele, weil da kann man ja unglaublich viel freischalten. Das ist eigentlich wie Farce than Light, finde ich, vom Gefühl her. Also vom Spielgefühl, dass man immer wieder sich da reinprescht, um die nächsten Helden freizuschalten oder die nächsten Schiffe, womit man dann halt den Crash absolviert am Anfang. Und das ist halt ziemlich cool, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Wäre so ein bisschen Knobel und Dungeon, ja, Crawler ist eigentlich falsch. Das muss sich jeder mal angucken. Ähm, vielleicht mache ich dazu dann einfach ein Angespielt, weil es hat leider nicht gewonnen. gewonnen hat, nämlich Elite, wo ich eigentlich schon einen 120-Euro-Beta-Account habe, wo ich dann aber wirklich ab und an nur immer reingeguckt habe und den Stand geschaut habe. Jetzt bald ist es soweit, dass die finale Version kommt. Aktuell ist ja die Gamma-Version draußen, die schon relativ nah an der Finale ist. Ähm, hat noch ein paar Fehler, werde ich dann aber ab nächste Woche, sobald Risen 3 endet, spielen und vorantreiben. So, das dazu. Ähm, ansonsten, es ist natürlich auch im Moment ganz interessant, zu beobachten, dass viele Fragen zu meiner Person wieder sind, wo ich manchmal denke, okay, das kann es auch einfacher haben. Ich muss ein bisschen wirtschaftlich denken und sehr produktiv und sage, ja, ich beantworte Fragen super gern, aber wenn du das 20. Mal dieselbe Frage beantwortet hast, wird es langsam ein bisschen anstrengend. Deshalb machen wir es so, ihr stellt mir Fragen nämlich. Und zwar unter diesem Video jetzt. Und zwar nennen wir es einfach Dr. Proof, wer bist du? Ich hoffe, ich bin das nachher auch richtig ein mit den Wörtern. So, jedenfalls geht es darum, wir wollen eine kleine Videoreihe machen, beziehungsweise ich brauche euch, um eine kleine Videoreihe zu machen, wo es darum geht, wer ist eigentlich die Säugler Proof, was macht die Säugler Proof und kann er uns mal nicht mal zeigen, was der überhaupt auch noch so macht in seinem Leben. Das ist natürlich mehr als Bier trinken, wie man ihn mit dem Hintergrund sehen kann. Denn auch wenn ich das alleine getrunken habe, beweist das nur, ich bin sehr unordentlich und lasse manchmal hier auch sechs Flaschen rumstehen von dem Sixpack, was ich mir immer geholt habe und dann innerhalb eines Wochenendes vernichtet habe und einen sehr lustigen Abend hatte dann im TS oder auch mit Freunden. Ich höre sie im TS schon alle sagen, der hat doch gar keine. Gut, also, ich freue mich drauf, ich interessiere mich natürlich auch, was wollt ihr von mir wissen und werde das natürlich dementsprechend verpacken. Es wird nicht so sein, dass wir einfach nur V-Log machen und ich erzähle, beziehungsweise sage, Kommentarfrage 1. Proof, warum sind deine Haare rot? Ist das deine echte Farbe? Ist das eine Perücke? Oder ist da ein Tier auf deinem Kopf gestorben? Äh, die Antwort ist B. Nein, so wird es natürlich nicht laufen. Wir werden da ein bisschen, ähm, ja, ich lasse mir da ein paar Sachen zu einfallen. Ich will nicht zu viel vorneweg nehmen, aber ich habe schon so für ein paar klassische Fragen so den einen oder anderen Idee im Kopf. Gut, ich sage dann Tschüss und danke, dass ihr dabei wart, den V-Log euch anzugucken. Ähm, man könnte jetzt glatt sagen, lasst doch ein Like da und abonniert mich. Aber ich denke, die meisten, die das hier sehen, haben mich abonniert. Und ein Like, das ist natürlich, äh, macht es auch nicht, wenn es euch gefallen hat. Liked es ansonsten nicht. Ich habe übrigens jetzt gelernt, Likes haben überhaupt nichts, gar keinen Einfluss auf die Suche von YouTube. Das ist ein altes Mysterium, da habe ich mich mit einer Google-Mitarbeiter an die Tage unterhalten. Äh, so dass ich auch manchmal die falsche Information weitergegeben habe, dass, ähm, Likes und Dislikes gleichwertig sind, aber insgesamt wird es überhaupt nicht für die Suche verwendet. Deshalb, scheiß drauf einfach. Also, bis dann, euer Doc. Tschöle. Imôimer Too Im Vielen Dank.